Den Namen Platon, den hat wohl jeder schon mal gehört. Aber was sich genau hinter seiner Philosophie verbirgt, warum er so viele Denker nach ihm nachhaltig beeindruckte und warum er auch heute noch zu den bedeutsamsten Philosophen aller Zeiten zählt, auf diese Fragen können vermutlich nur die wenigsten antworten. In diesem Video erfahrt ihr mehr über die Gedanken des antiken griechischen Philosophen und darüber, wie es nach Platon gelingen kann, ein tugendhaftes Leben zu führen. Wer weiß, vielleicht hilft es euch ja. 427-28 v. Chr. in den Athena-Hochadel geboren, standen Platon politisch eigentlich alle Türen offen. Mit seiner Bildung und Herkunft hätte er wohl ein großer und bedeutender Herrscher werden können, aber Platon entschied sich anders. Er war kein Freund der damaligen Verhältnisse und kritisierte den Machtmissbrauch des Adels wie auch den Werteverfall in der Gesellschaft. Vielleicht sah er keine Möglichkeit, wie er in der Rolle als politischer Machthaber etwas an den bestehenden Verhältnissen ändern könnte. Aber genau diese Veränderung war sein Ziel. Er wollte nichts weniger, als jedem Menschen ein erfülltes Leben zu ermöglichen und damit eigentlich die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Mit dieser Idee im Kopf wurde Platon zu dem Denker, den wir heute kennen. Das bestmögliche Leben führt der Mensch nach Platons Auffassung dann, wenn er sich am allgemeinen Wert des Guten orientiert. Was damit gemeint ist, das will ich euch genauer erklären. Da für Platon die Frage ein zentrales Element seiner Philosophie ist, will auch ich hier mit einer Frage an euch einsteigen. Gibt es das Gute an sich oder ist die Frage, ob etwas Gut oder Schlecht ist, Interpretationssache, also eine Frage des Blickwinkels? Platon bezieht zu dieser Frage eine klare Position. Für ihn ist klar, es muss das Gute, aber auch das Schöne, das Gerechte, das Tugendhafte usw. geben. Denn wenn dem nicht so wäre, wenn alles immer nur eine Frage der Perspektive wäre, dann könnten wir niemals zu wahren Erkenntnissen gelangen. Es gäbe da nicht die eine Wahrheit, sondern es gäbe viele verschiedene. Und vor allen Dingen wüssten wir da nicht, was es wirklich heißt, ein tugendhaftes Leben zu führen. Schließlich gäbe es dann eine Vielzahl an Möglichkeiten, das zu tun. Aber was ist denn jetzt das Gute? Das herauszufinden, das ist gar nicht so leicht, denn in unserer Welt gibt es immer nur einzelne Fälle des Guten. Zum Beispiel würdet ihr mir bestimmt zustimmen, dass es eine gute Sache ist, Blut zu spenden, jemandem in einer Notlage zu helfen oder seinen Mitmenschen mit Respekt zu begegnen. Aber wie kommt es denn, dass wir uns da einig sind? Platons Antwort darauf, es muss eine übergeordnete Idee, ein allgemeines Gesetz des Guten geben und alles, was gut ist, alles, was wir gut finden, hat einen Anteil an dieser Idee. Was bei diesen Gedanken anklingt, ist die sogenannte Ideenlehre. Die ist ein ganz zentrales Element in Platons Philosophie. Platon geht davon aus, dass es zwei unterschiedliche Welten gibt. Zum einen die Sinneswelt, in der wir als körpergebundene Menschen verortet sind, und zum anderen die Ideenwelt. Die Sinneswelt ist die Welt, die wir mit unseren Sinnen erfassen können, das sagt ja schon der Name. Für Platon ist diese Welt jedoch nicht die echte, sondern lediglich ein Schatten der Wirklichkeit. Für den Menschen nicht sinnlich wahrnehmbar existiert parallel zu der Sinneswelt die Welt der Ideen. Diese Welt ist die eigentliche, die wahrhaftige Welt. Interessant ist nun die Verbindung zwischen diesen beiden Welten. Platon geht davon aus, dass alles in unserer Sinneswelt von der Ideenwelt abhängt und einen Anteil an den Ideen, also an der Wirklichkeit hat. Das heißt zum einen, was es nicht in der Ideenwelt gibt, das kann es auch nicht in unserer geben. Und zum anderen, was in der Ideenwelt als Ideal existiert, existiert in unserer Welt als unvollkommene Kopie. Mit gegenständlichen Beispielen lässt sich das gut veranschaulichen. In der Ideenwelt gibt es den perfekten Farbton von Azurblau und den perfekten Klang eines C-Dur. In unserer Welt haben wir auch Azurblau und C-Dur. Allerdings nie in der Reihenform aus der Ideenwelt. Schließlich hat die Sinneswelt immer nur einen Anteil an den Ideen der Ideenwelt. Die Farbe wird in der Sinneswelt durch Umwelteinflüsse immer wenigstens minimal verschmutzt und der Ton wird immer leicht verzerrt, was für Gegenständliches gilt. Das gilt auch für Abstraktes wie Leidenschaft, Mut, Besonnenheit oder eben das Gute. Die Frage, mit der wir den Versuch unternehmen können, einen Einblick in die Ideenwelt zu erhalten, ist dabei nicht, was ist denn nun Azurblau, C-Dur, Leidenschaft, Mut oder Besonnenheit, sondern was ist deren Wesen? Also, dann fragen wir mal, was ist das Wesen des Guten? Ganz genau weiß Platon das auch nicht, da er das Wesen des Guten noch nicht erblicken konnte. Dennoch hat er einige Ideen. Er sagt zum Beispiel, dass das Gute eine ordnende und strukturierende Funktion hat. Etwas geordnetes und strukturiertes ist nach seiner Auffassung vor allem eines, nämlich harmonisch. Also Harmonie im Sinne von Einklang und Übereinstimmung von Dingen. Hat ein Mensch Anteil an der Idee des Guten, dann fügen sich die Teile seiner Seele harmonisch ineinander. Ja, aber wie sieht denn so eine harmonische, eine geordnete Seele aus? Eine sehr schwierige Frage, weil die Seele ja nicht einfach angeschaut und untersucht werden kann. Wie will man da also jetzt herausfinden, wie die Seele beschaffen ist? Platon findet für dieses Problem eine clevere Lösung. Er zeigt auf, dass es eine strukturelle Gleichheit zwischen der Seele und dem Staat gibt. Eine gute und gerechte Seele ist nach seiner Auffassung genauso aufgebaut wie ein guter und gerechter Staat. Er unterscheidet hier drei Seelenteile und damit drei Stände. Der höchste Stand ist der der Herrscher, das sind die sogenannten Philosophenkönige. Diesem Stand ist der vernünftige Seelenteil zugeordnet. Der zweite Stand ist der der Wächter. Die Wächter vollziehen die Herrschaft der Philosophenkönige. Ihnen entsprechen der Mut und die Tatkraft als zweiter Seelenteil. Im dritten und untersten Stand finden wir alle anderen, also die Bauern und Kaufleute und so weiter. Ihr Seelenteil ist das Begehren. Eure Seele hat also dann einen Anteil an der Idee des Guten, wenn sich die drei Seelenteile harmonisch zusammenfügen. Und der Staat ist dann gut, wenn jeder Bürger in dem Stand agiert, für den er geeignet ist. Jetzt ist natürlich interessant zu wissen, für welchen der Stände der einzelne Bürger denn geeignet ist. Und um das zu klären, müssen wir uns nochmal die Unterscheidung zwischen der Welt der Sinne und der Welt der Ideen in Erinnerung rufen. Zunächst wird dabei lediglich vermutet, was wahr sein könnte. Im zweiten Schritt wird die direkte sinnliche Wahrnehmung für real gehalten. In beiden Fällen sind wir in die Sinneswelt eingebunden und nicht für höhere Stände geeignet. Erst wenn wir dazu in der Lage sind, aus Begriffen Wahrheiten abzuleiten, gewinnen wir erste Informationen über die Ideen und können damit in den Wächterstand aufsteigen. Ein Philosophenkönig erkennt im letzten Schritt alle Wahrheiten durch seine Vernunft. Ja, aber wie soll das funktionieren? Im Grundsatz möglich wird dem Menschen die Wesensschau durch zwei Dinge. Nämlich zum einen durch seinen Intellekt, seine Vernunftsfähigkeit, das liegt ja auf der Hand, schließlich geht es darum, Dinge mit dem Verstand zu durchdringen, und zum anderen durch seine Seele. Die Seele ist nach Platon etwas Unvergängliches. Sie ist es, die den Körpern Leben einhaucht. Und ursprünglich kommt die Seele aus der Ideenwelt. Sie kennt somit alle Wahrheiten. Eigentlich. Denn dummerweise vergisst die Seele diese, sobald sie in den Körper fährt. Für diesen Hintergrund ist die Wesensschau gleichzusetzen mit einem Erinnerungsprozess. Ein Erinnern eben an Ideen, die die Seele einmal kannte, aber wieder vergessen hat. Dieses Erinnern an etwas Vergessenes, das dürft ihr euch jetzt aber nicht so vorstellen, dass wir uns hin und wieder ganz zufällig an einen fetzen Ideenwelt erinnern. Ganz im Gegenteil. Den Erinnerungsprozess beschreibt Platon als etwas Mühsames und Anstrengendes. Er bedeutet, sich von seinen Meinungen zu lösen und sich der Wahrheit zuzuwenden. Nur die wenigsten sind dazu in der Lage, diesen Weg auf sich zu nehmen und zu meistern. Eine Veranschaulichung und Konkretisierung dieses Gedankens finden wir im berühmten Höhlengleichnis. Dieses Gleichnis ist eingebunden in unsere Einstiegsfrage nach einer guten Lebensführung. Ihr seht hier auf dem Bild eine Höhle mit einem Ein- bzw. Ausgang. Diese Höhle wird durch eine Fackel erleuchtet. In dieser Höhle befinden sich von frühester Kindheit an gefesselte Menschen. Sie sind so fixiert, dass sie nur an die Wand vor ihnen schauen können. Hinter ihrem Rücken gehen auf einer kleinen Mauer Gestalten entlang, die verschiedenste Gegenstände tragen und hin und wieder miteinander sprechen. Die Gefesselten sehen nun die Schatten der Träger sowie der getragenen Objekte an der Wand und halten diese Abbilder für die Wirklichkeit. Die Schatten an der Wand stehen in diesem Gleichnis für die Sinneswelt. So wie die Gefangenen fälschlicherweise die Schatten für die Realität halten, so halten wir die Welt, in der wir leben, fälschlicherweise für die wahre Welt. Nun geschieht in diesem doch etwas merkwürdigen Szenario etwas Besonderes. Einer der Gefangenen wird von seinen Fesseln befreit. Unter Schmerzen steht er auf, kennt ihr vielleicht, wenn ihr mal lange in einer unbequemen Position gesessen habt, und dreht sich um. Die Erkenntnis, dass er sein Leben lang getäuscht wurde und von der wirklichen Welt keine Ahnung hat, durchfährt ihn wie ein Blitzschlag. Er trifft die Entscheidung, die Wahrheit erkennen zu wollen und begibt sich daraufhin auf den beschwerlichen Weg hinaus aus der Höhle. Seine Befreiung begreift er damit als Chance, er will wissen, was jenseits der Welt liegt, die er kennt. Nach einem beschwerlichen Weg erreicht der Befreite den Ausgang und wird von der Sonne geblendet. Die Sonne als Quelle des Lichts und Ursprung allen Lebens in der Sinneswelt steht für die Idee des Guten, die als Quelle von Wahrheit und Wissen, also als Ursprung aller Ideen in der Ideenwelt verstanden werden kann. Der Befreite gewöhnt sich an das Licht und erblickt die Sonne bzw. die Idee des Guten. Im Moment des Erblickens kann er nicht mehr anders, als sich in seinem Handeln am allgemeinen Gesetz des Guten zu orientieren. Damit führt er fortan ein sittliches und erfülltes Leben. Gleichzeitig ist er übrigens auch ein gebildeter und würdiger Herrscher. Interessant ist jetzt, was der würdige Herrscher tut, nachdem er die Sonne gesehen hat. Er könnte sich ja zum Beispiel weiter umschauen oder nach der Person suchen, die ihn befreit hat. Stattdessen geht er aber zurück in die Höhle und versucht, seine Leidensgenossen zu befreien. Platon sieht es also als die Aufgabe des Gebildeten und als Teil einer tugendhaften Lebensführung an, den Kontakt zu den Ungebildeten zu suchen. Diese Konfrontation ist jedoch nicht ungefährlich, denn nicht jeder möchte sein eigenes Weltbild aufgeben. Ich will mal versuchen, dieses Gleichnis auf unser eigenes Leben zu beziehen, damit wir wenigstens ein bisschen was Lebenspraktisches angelehnt an Platon mitnehmen können. Die Befreiung und das Erblicken der Welt aus einer anderen Perspektive können als ein Distanzieren von den eigenen Gewohnheiten, Meinungen, Vorstellungen und Erwartungen verstanden werden. Es gab mit Sicherheit auch in eurem Leben schon Situationen, in denen ihr euer eigenes Leben mit einem Mal komplett hinterfragt habt. Situationen, in denen ihr gemerkt habt, dass sich die Dinge in Wirklichkeit ganz anders verhalten, als ihr dachtet. Zum Beispiel dann, als ihr erfahren habt, dass euch ein geliebter Mensch, von dem ihr das nie gedacht hättet, schon lange hintergeht. Auch wenn man erkennt, dass das eigene Leben eine Lüge ist, ist es nicht immer leicht, den Lebensvollzug zu verändern. So wie es eben auch für den Befreiten schwer ist, sich aufzurichten und zu gehen. Es scheint also, ein Teil eines guten Lebens zu sein, hart an sich selbst zu arbeiten. Aber wie es das Gleichnis gezeigt hat, dürfen wir auf keinen Fall nur an uns selbst denken. Der würdige Herrscher kehrt mit dem Vorhaben in die Höhle zurück, dort noch weitere Gefangene zu befreien. Auch wir sollten versuchen, es anderen zu ermöglichen, sich in Eigeninitiative auf den Weg zu begeben, der ein Mehr an Wissen und Erkenntnis bedeutet. Dabei geht es aber auf keinen Fall darum, dem anderen die eigene Meinung aufzudrücken. Wir haben ja im Höhlengleichnis gehört, lediglich der Bildungsimpuls kommt von außen. Der Prozess des sich Bildens muss vom Befreiten selbst geleistet werden. Ja, und wie befreit man seine Mitmenschen? Also, wie setzt man diesen Bildungsimpuls? Ja, das haben wir auch ganz zu Beginn schon einmal kurz angesprochen. Mit einer fragenden Grundhaltung. Durch geschicktes Fragen regen wir unsere Gesprächspartner zum Denken und zum Sprechen an. Wir befreien sozusagen seine Gedanken von den Ketten der eigenen Sozialisation. Können ihm dabei helfen, in die Selbstreflexion zu gehen und zu erkennen, was man wirklich will, welche Ziele man hat und wie sich diese Ziele erreichen lassen. Aus dieser Perspektive heraus ist derjenige, der den Ungebildeten befreit, so etwas wie ein Coach. Ein persönlicher Berater, der den Lern- und Entwicklungsprozess des Gefesselten unterstützt. Wisst ihr, ich bezweifle, dass Platon mit seiner Ideenlehre und seiner Annahme einer Strukturgleichheit zwischen Staat und Seele recht hatte. Diese Ideen, die wurden sogar noch zu Platons Lebzeiten, beispielsweise von seinem Schüler Aristoteles, scharf kritisiert. Nichtsdestotrotz muss man Platons Lebenswerk mit großem Respekt anerkennen. Wie präzise und geschickt er versuchte, die Welt zu erklären und wie viele der Ideen und Probleme, die Platon entwickelt und erkannt hatte, später wieder aufgegriffen wurden. Das ist wirklich beeindruckend. Und vielleicht tut ein bisschen Platon in der heutigen Zeit ja auch ganz gut. Wenn wir uns beispielsweise von unseren Vorurteilen, Einstellungen und eigenen Machtansprüchen und so weiter lösen und unseren Mitmenschen mit einer fragenden und interessierten Haltung begegnen, dann wird die Welt doch bestimmt nicht zu einem schlechteren Ort, oder? Wenn ihr mehr über Platons Philosophie erfahren wollt, findet ihr im Anhang die Quellen, die ich benutzt habe. Wenn euch das Video gefallen hat, dann zeigt es. Wenn ihr mehr sehen wollt, abonniert den Kanal. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.